Moin Leute und willkommen zu diesem erneuten neuen Video. Wir machen das jetzt nochmal das Rennen und diesmal in Geschwindigkeit und mit Konzentration. Denn das letzte Zimmer habe ich es gar nicht geschafft und ich habe es vorher erst abgebrochen. Deswegen will ich das jetzt nicht wiederholen im 4. Platz, sondern es auch noch schaffen auf den 2. Wie, dann fühle ich es trotzdem gleich. Oh, ja. Jo 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 Jo. Ich habe es schon wieder. Sieht, eins für mich. Eins, sechs, sieben. Eins, nehmt. Und dann ist noch ein Plan. Locker. Widerstand doch noch. ... dass ihr alle verfolgt. Verschaden Eintracken sind auf dem Weg. Hm. Ah, der Hintertipp. Ein Heck vom Auto hat es echt nicht weggekommen. Und die Spiegel sind weg. Er hat diesmal seinen Lambo von Bobo. Der ist raus, ey. Nicht verdient. Was? Ich war mit über 100 Sachen. 190 Sachen. Der knallt dann ab. Mit dem war sehr blöd. Ja. Ich glaube ich muss mal wieder aufklären. Bei der Tankstelle. Kriegen wir jetzt. 3, 2, 1 an der Seite wechseln. Ach komm schon. Das war jetzt ein Fail. In Sachen D-Crash. Ihr verliert die Kerle, die sind echt gut. Ihr verliert die Kerle, die sind echt gut. Und das hat ja zweimal hintereinander. Nee. Den dritten gebe ich mir echt hier zufrieden. Den ist ja auch Kopfschuh eingestellt, deswegen kein Wunder. Mit dem 4C komm ich aber nicht drauf. Na ja. Jetzt sind wir mit dem 15 kommen. Dann haben wir alles geschafft. Jo. Jo. Noch ein vierten. Ah. Jetzt bin ich drauf. Wann mal der Tüc verlohn? Kann sich sonst jemand sehen? Alle Verfolger in Hessen. Jetzt ist das Wunden. Oh. Und diese... riesen SUVs, ey. Die haben sie aber nicht. Und tschüss. Und tschüss. Nichts, Alter. Ah, andere Hände habe ich gewonnen. Es gibt einen Kurs. Ja. Das ist so, wie es in der Überlegung ist. Oh, shit, krass. das hat dann hat es auch einen guten platz erwischt wieso habe ich die fahrt bergabfahrt gehalten die zählt jetzt zu diesem langen getrieb dankeschön ich glaube ich unterhalte die porsche und ziemlich gut für was dann tschüss was ist das für eine band was ist das für ein zufall das tut mir aus wieso 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 ich glaube ich habe heute einen schlechten tag mit diesem kopf wenn ich so gut schief laufen sehr schief was ist das jetzt was ist das für die kopf sind aggressiv als ich dachte so wie viel da sind die kopfse denn immer so wie viel da ist Und Ball. Das war's. Es hat mich erwischt. Tja, was soll ich sagen? Es hat mich erwischt. Häng nächstes Mal die Cops ab und bleibe außer Sicht, um zu entkommen. Mit diesen Clown. Ich brauche keine Autologs mehr. Das hat mich erwischt auf jeden Fall. Dritter Platz, das reicht mir dann erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.